Ich war Samstag in Jülich, das ist im Rheinischen Revier, so im Dreieck von Düsseldorf, Aachen und Köln und ich war dort auf einem Wahlstand und ein Herr um die 60 fragte mich, was machen Sie denn, wenn Le Pen morgen gewinnt? Ich musste durchaus einen Moment schlucken und habe dann auch geantwortet, ich werde mich sehr, sehr wahrscheinlich ordentlich betrinken und dann heißt es, wollt Europa mehr denn je und das ist auch der Grund, warum ich heute dieses Video mache. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was in Frankreich passiert ist, uns vielleicht alle aufatmen lässt und einige Politikerinnen und Politiker, aber auch Expertinnen und Experten sprechen so jetzt von einem befreienden Sieg in Frankreich, von einem Sieg macros und er hat es ja selber gesagt, ich wurde nicht gewählt, weil meine Ideen oder ich gut bin, sondern weil die Franzosen und Französinnen keine Rechte als Präsidentin haben möchten und das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. In vier Jahren werden wir vor derselben Situation stehen, wenn Macron keine bessere Politik macht und es ist nicht Sache der Deutschen, sich in andere Politik einzumischen, aber es ist Sache der Europäer und Europäerinnen, eine Politik zu gestalten, die auch für Europa gut ist. Wir erleben aufgrund unserer engen Beziehungen zu Frankreich, wie wichtig diese Wahl ist. Gleichzeitig ist es aber nicht unsere Wahl und genau deswegen setzen wir uns bei Wolter dafür ein, dass es in Europa jede Wahl auch eine europäische Wahl ist, weil Unternehmen, Familien, Freunde, die hängen doch schon alle unwiderruflich zusammen. Ob wir das eigentlich wollen oder nicht, spielt noch nicht mehr mehr eine Rolle. Längst sind Familien, Freundeskreise und Unternehmen europäisch. Für sie ist Bürokratie und Grenze eine Hürde. Nur die Politik schafft es weiterhin nicht, diese Wende einzureißen. Sie agiert weiterhin nur bis zur nationalen oder vielleicht nur bis zur Landesgrenze. Und deswegen ist für mich klar, auch wenn Macron gestern mit einem Pyrosieg sicherlich acht Prozentpunkte über 50 Prozent lag, so knapp war es noch nie. Und dass es umso wichtiger wird, dass wir auch in Frankreich dafür sorgen, dass wir eine europäischere Politik bekommen, eine wirkliche Alternative, die nicht rechts ist. Denn die Menschen haben Le Pen gewählt, weil sie sich nicht mehr vor diesem zentralistischen Pariser System abgeholt fühlen. Und das ist schon seit Jahrzehnten so. Es wird eigentlich immer schlimmer. Und Wolter steht dem entgegen. In Frankreich noch nicht so groß, vielleicht wie in den Niederlanden oder auch in Deutschland. Aber genau deswegen sollten wir darüber diskutieren, auch hier in Deutschland. Denn es braucht Reformen. Weil ansonsten werden wir in vier bis fünf Jahren feststellen, dass unser enges Band mit Frankreich vielleicht doch zerschnitten wird. Denn viele, die gestern Le Pen gewählt haben, wollen vielleicht gar nicht diesen Bruch in dieser Form mit Europa, aber sie wollen so viele andere Dinge, für die im Moment nur Le Pen steht. Und das ist ziemlich grausam. Viele nationale Regierungen haben übrigens noch nicht verstanden, dass wirtschaftliche Erfolg und wirtschaftliche Stabilität noch lange nicht für soziale Stabilität und Augenhöhe stehen. Und gerade jetzt die Ukraine-Krise, die Ausläufer und eigentlich immer noch vorhandene Pandemie. All das werden wir vor allem unter dem großen Hut des Klimawandels nur gemeinschaftlich lösen können. Und wir müssen alle gemeinsam ein Interesse daran haben, dass es gelöst wird. Ich meine, okay, wir können jetzt egoistisch hier zu Hause sein und sagen, weit geht mich statt an. Aber wir werden sicherlich alle Freunde und Familie haben, Kinder haben. Und Politik bedeutet auch schon, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und das fehlt mir. Das fehlt mir auch in Deutschland. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Debatte jetzt erst recht führen, wenn gleich Macron uns Luft zum Atmen geschafft hat. Und Macron hat einen schweren Stand in Frankreich. Und dabei ist er als Europäer wichtig. Wir brauchen also auch dort gemeinsame Debatten. Wir müssen sie führen. Und ich lade ein, dass ihr sie mitführt. Ihr werdet vielleicht jetzt keinen Bock haben. Ihr werdet über Brüssel schimpfen, über ganz viele Dinge. Und einen Großteil kann ich wahrscheinlich auch gar nicht von der Hand weisen. Ich möchte sie ja schließlich selber besser machen. Aber ich glaube, viele von euch haben aufgeatmet gestern Abend. Was wäre in Europa gewesen, wenn eine Nationalsozialistin an die Macht gekommen wäre und ihre Pläne umgesetzt hätte, mit Deutschland nicht mehr zu handeln, Verträge zu brechen? Eine Frau, die von Putin finanziert wird? Liebe Freunde, liebe Leute, ich kann euch nur nochmals einladen. Macht bei dem Ganzen mit. Ob das nun bei Volt ist? Ich würde mich natürlich sehr freuen. Doch Hauptsache ist, ihr macht mit. Einfach nur zur Wahl gehen reicht nicht. Wir müssen politisch aktiver werden. Mehr diskutieren. Wir müssen diese Debatte einfordern. Ich wünsche mir, dass in den Medien viel mehr über diese Dinge mehrere diverse Meinungen stehen. Und nicht nur die vier Parteien, die gerade hier irgendwo Dinge entscheiden, die sie aber seit Jahren nicht anders anpacken. Wir brauchen mehr dieser Diskussion. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen lasst uns dieses Aufatmen als Chance nutzen. Und das ist mein Appell nach der Wahl in Frankreich. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr aus NRW kommt und noch nicht entschieden habt, wen ihr wählt, vielleicht es wollt, ihr habt ja mal wirklich die Alternative. Denn wer neue Politik will, der muss auch neue Politik wählen. Ich wünsche euch einen guten Start.